ja hallo da bin ich wieder mit dem kleinen film ich bin total nass geschwitzt noch im moment und ich habe eigentlich vor ich habe mir vorgenommen ich muss euch das noch zeigen wie gesagt ich war so glück kann man durch die kamera durch das mikrofon durch die kamera ich bin total nass geschwitzt weil ich noch was gebastelt habe denn mir ist was eingefallen was glaube ich das eine oder andere problem lösen kann und zwar ich will euch einfach mal sagen um was es mir geht um was es mir ging und woraus sich da was entwickelt hat und zwar situation ist ihr kennt das alles ein geschoss darf das grundstück nicht verlassen auf befriedetem gelände darf man schießen wir schießen eh nur mit 7,5 jule dann haben wir viele leute die im garten garantiert auch mal blinken aber das problem ist immer wie kann es gewährleistet werden dass das diabolo das grundstück nicht verlässt und dass wir da eine gewisse sicherheit haben da habe ich mich schon immer mal damit beschäftigt und jetzt ist mir auf einmal so eine idee gekommen die wollte ich euch mal zeigen wie immer eine crazy idee und so eine gebaute ideen skizze das geht garantiert noch viel schicker noch viel toller aber wie gesagt diese gebaute ideen skizze ist dazu da um das prinzip zu erklären und ich versuche euch mal aufzuskizzen was es mir dabei ging damit wir da mal einen fokus drauf kriegt und ihr dann auch feststellen könnt ja okay das kann ich mir gut vorstellen also ich halte mal auf den overhead ich mal jetzt hier einfach mal ein gelände auf so etwas hanggelände und jetzt ist hier auch schon ein zaun das kann sein dass das jetzt ein bisschen es geht natürlich auch auf geradem gelände wenn der zaun hier wäre sagen wir mal hier hier ist eine feuerlinie so das ist wie gesagt das hanggelände so und jetzt habe ich hier ein baum so jetzt will ich hier ein ziel hinhängen ja schwierig wenn ich hier hinten nicht den ausreichenden sicherheitsbereich habe sagen wir mal 250 meter ab der feuerlinie dann kriege ich hier ein problem so das heißt ich stehe jetzt hier oben irgendwo vielleicht ist das im maßstab nicht so richtig habe hier mein gewehr und will jetzt will jetzt hier unten hinschießen so dann könnte man ja sagen okay das geht jetzt nur bis hierher aber wenn jetzt einer was weiß ich sich verzielt schießt er hier oben drüber raus oder wie auch immer also das ist das problem und da das hier dieser bereich begrenzt beziehungsweise auch von da bis hier hinten hin kann ich das nicht erreichen jetzt habe ich mir folgendes überlegt und zwar gleiche situation noch mal damit diese ausreise hier die nicht geschehen oder passieren können und ich eigentlich nur bis hierher schießen kann schießen darf sicher habe ich folgendes überlegt ich nehme jetzt mal diesen bereich etwas größer raus das heißt hier oben steht er hier unten war der baum hier geht es runter und jetzt steht der kamerad hier oben so mal ich jetzt mal ich bin jetzt sind unbedingt habe ich jetzt sind unbedingt den schützen gemalt so der legt jetzt hier an irgendwie mit seinem gewehr ja so und jetzt will ich eine situation schaffen damit da nichts schief geht da nichts schief geht was habe ich gemacht ich habe gesagt okay der müsste durch ein rohr schießen weil wenn der hier durch das rohr schießt ist es ja schon mal vorgegeben wo es hingehen kann natürlich kann der jetzt hier verkanten dann geht es über die kante maximal hier unten hin der kann verkanten über das da geht es maximal hier hin also wenn der sagen wir mal hier der hat seinen lauf so ein bisschen da rein gesteckt so und dann ist das eigentlich hier der winkel in dem irgendetwas passieren kann so und damit das ja nicht in der luft hängt habe ich gesagt okay da kann man ja doch eine manschette um das rohr machen und hat das auf irgendeinem dreibein stehen oder man baut es in einen holzstapel ein irgendwie dieses rohr das ist jetzt natürlich ein kleines bisschen verzeichnet ich kann das im stehen machen wenn ich es tiefer montiere kann ich es auch im knien beschießen oder im sitzen beschießen und ja dadurch habe ich hier wenn ich das jetzt mal etwas größer nochmal zeige das ist die situation die wir hier haben jetzt steht der kamerad hier oben also der schießt und der hat jetzt hier mit seinem gewehr und jetzt hat er hier das rohr drum ja und jetzt kann der jetzt kann der eigentlich nur bis hierher schießen wenn er das verkantet schießt er bis hierher und wenn er da verkantet maximal bis hier also der hätte im prinzip so einen kreis in dem er sicherheit hat weil weiter geht es ja nicht so und wenn jetzt hier der baum ist und ich habe von mir aus hier das ziel stehen so dann habe ich ganz klar wie bei einem fernrohr die möglichkeit meinen sicherheitsbereich einzugrenzen so und darüber geht es nicht raus wenn das geschoss das ist ja so eine geringe zahl hier an das rohr prallt ja dann ist es nicht so dass es zurückspringt sondern es wird einfach abgeleitet und wenn ich jetzt nochmal ein stückchen weiter denke und sage okay die parameter die beeinflussbar sind bei so einem rohr wo das hingeht wenn das hier der schuss ist ist schlicht und ergreifend bis hierher ist meinetwegen die laufmündung drin das ist der winkel und das ist der winkel wenn das rohr länger ist muss es auch automatisch breiter sein damit der winkel noch passt ist klar aber wenn ich gleichen durchmesser habe von diesem rohr und es ist etwas länger dann wird auch der winkel kleiner der nächste parameter den ich habe ich habe halt einen rohr durchmesser der noch größer ist so und bin hier mit dem lauf ja dann komme ich natürlich weiter raus und weiter hier also will sagen wenn ich wenn ich einen sicherheitsbereich habe und jetzt mache ich es mal auf einer geraden und ich habe hier hinten eine mauer gegen die ich von mir aus schieße und hier stehe ich und visier an so und habe das gerade dann kann ich bis hierher schießen und je nach winkel schieße ich dann bis da und bis da das muss man mal ausfuddeln und da könnte das sein dass das ja hier ich habe das mal probiert auf 17,5 Meter da bin ich vielleicht hier hinten wenn ich im stehen schieße bin ich vielleicht hier hinten bei einer Höhe von 2,50 Meter das kann ich mal ausnudeln mit meinem CAD aber das sind hier so die Parameter und da bin ich natürlich direkt jetzt in Baumarkt gesprintet und habe das mal probiert und habe mir da mal was zusammengebastelt also die Idee ist wenn ich keinen Sicherheitsbereich habe irgendwo und kann auch nicht die Flugbahn des Geschosses irgendwie beeinflussen dass es mein Grundstück nicht verlässt dann kann das hierbei nicht passieren weil so hoch kann ich nicht durchs Rohr schießen oder so dass das Geschoss das Grundstück verlassen könnte ist automatisch durch die Winkelfunktionen und durch die Aufstellung dieses Teils hier beeinflusst so und jetzt bin ich in den Baumarkt gegangen und habe gesagt okay ich brauche mal hier ich habe jetzt hier einen Durchmesser gehabt von 160 Millimeter habe ich ein Kanalrohr geholt da habe ich eine Schelle drum gemacht die Schelle wird hier zusammengezogen hier unten hat es noch ein Gelenk hier habe ich einen Pfosten geschlitzt ja wo das quasi drin steckt mit einer Schraube und dann kann ich das natürlich auch jetzt so kippen ich kann es auch so drehen weil hier unten habe ich es in ein Stativrohr gesteckt und damit ist eigentlich alles gut und damit ihr das jetzt mal so seht wie gesagt ich will es gerne wiederholen eine gebaute Ideenskizze ich nenne es eigentlich jetzt mal Crazy Pallet Tunnel ja da ist oder Safety Crazy Pallet Tunnel ja das wäre auch nicht schlecht da gibt es bestimmt von euch Künstler die können sowas in Perfektion bauen aber genug erzählt ich will euch jetzt einfach mal zeigen wie das aussieht und dazu blende ich einfach mal auf meinen Prototyp den ich gebaut habe und ja wenn es euch gefällt haben wir vielleicht ein großes Thema für alle Blinker und Gott weiß was gelöst denn ich habe diese Idee heute Morgen mal mit einem Schießstand Sachverständigen besprochen und der hatte eigentlich kein Argument warum das nicht sicher sein sollte weil es fokussiert einen ganz klaren Zielbereich der auch innerhalb meiner Range sein wird und in diesem Zielbereich also in diesem Oval was dann quasi durch dieses Rohr abgebildet wird muss ich mein Ziel aufstellen und dann ist eigentlich alles gut dann fliegt mein Pallet nirgendwo anders hin als diesen Bereich ihr könnt es euch auch vorstellen als wenn ich da durch eine Taschenlampe stecke da wo die Taschenlampe den Strahl dann auf dem Boden projiziert da kann ich mein Ziel hinstellen das war meine Idee die ich heute mal so spontan hatte und vielleicht gefällt es euch ja und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen der sagt oh das ist geil da könnte ich immer drüber nachdenken also ein Geschäft kann man daraus wahrscheinlich nicht machen ansonsten wäre es meine Idee wenn es jemand macht dann kann er sich ja mal an mich erinnern aber da macht einer einen anderen Rohrdurchmesser anderes Stativ andere Farbe und dann ist das Thema schon rum also vergesst diesen Vierlefanz mit Patent und Kram und Zeug das ist einfach nur eine Idee um vielleicht einer Problemlösung näher zu kommen wenn man seinen Sicherheitsbereich auf engem Raum eingrenzen will und trotzdem Spaß haben lange Rede kurzer Sinn ich zeig euch das jetzt mal den Prototyp Moment dann gehe ich hier auf das Gewehr ich hoffe ihr seht das Moment da ist mein Waffenschrank ich gehe jetzt mal hin ich gehe jetzt mal hin und nehme auch mal mein Gewehr mit Moment hier habe ich eine HW-30 so jetzt gucke ich mal ob man das noch irgendwie hinkriegt ich hoffe ihr seht mich einigermaßen ne noch nicht jetzt müsste ich da sein so also die Idee ist einfach Gewehr hier rein und dann geht es los ich bleibe mal so damit ihr das seht und dann zeige ich euch die Einzelheiten nochmal und das könnte man auch dann verstellen fürs Knien und fürs Sitzen wenn man eine entsprechende Lane einrichtet so jetzt stelle ich das Gewehr mal wieder hier hin jetzt habe ich mich gefangen hier ist aber nicht schlimm das Gewehr stelle ich wieder hin und jetzt zeige ich euch das nochmal wie das aussieht so ich nehme das mal ein bisschen hier zurück also hier habe ich die Manschette drum gemacht hier das ist einfach ein Stück Alu habe ich hier unten zusammen gedreht hier oben mit der Mutter dass es zieht und dann habe ich hier an dieser Stelle einfach ein Rundholz geschlitzt dass ich hier diese Zusammenhaltung hier rein kriege und mit einer Mutter gekontert mit einer Schraube und einer Mutter und jetzt passiert folgendes ich kann das natürlich hoch und runter drehen wie ich das brauche kann es natürlich auch so drehen und mit meinem Stativ kann ich natürlich auch hoch und runter gehen und das ist eigentlich schon der ganze Witz dass ich dann da im Prinzip drunter schießen kann so ich lasse es einfach nochmal einen Moment so stehen das ist also quasi ein Mini Schießtunnel das ist ein 160 Millimeter Kanalrohr ja ja Durchmesser 160 Millimeter ist 50 Zentimeter lang und ihr könnt natürlich auch den Winkel dadurch noch einschränken indem ihr euch ein anderes Stück Kanalrohr nehmt und macht es eben Meter lang oder einen Meter zwanzig das ist das Prinzip wie bei einem Fernrohr und dann peilt ihr eure Zielzone an guckt ob die im Sicherheitsbereich ist lasst es so stehen dann richtet ihr es von mir aus für Stehendschießen ein und das andere Mal richtet ihr es macht es ganz runter richtet ihr es für Sitzenschießen im Field Target ein das funktioniert und damit hätten wir auch bei uns wahrscheinlich das Thema erledigt dass wir noch vier oder fünf Bergablanes machen könnten und die Sicherheit wäre dadurch gegeben so und jetzt könnt ihr mich natürlich wieder verreisen dass er blöd ist und dass er irgendwie wieder so eine wahnsinnige Idee hat da gibt es mit Sicherheit wieder jede Menge Leute die sagen ach und das und der Paragraf und das und das ich stelle es halt mal zur Diskussion und ich finde es eigentlich ganz gut ich werde es auch so wie es ist mal dann auch zu diesem Schichtstand Sachverständigen mitnehmen wie gesagt es ist eine Idee mit der wir wahrscheinlich ein großes Problem lösen könnten so das soll es auch schon gewesen sein und ja für meinen speziellen Freund der halt immer den Daumen runter macht egal was ich hier sende ist nicht schlimm insofern du musst es dir ja nicht angucken ja okay also dann macht's mal gut und bis demnächst wenn ich vielleicht wieder mal so eine wahnsinnig bekloppte Idee habe aber vielleicht ist es ja auch okay macht's gut tschüss so hier auch nochmal der Abspann wenn jemand mit mir kommunizieren will da haben wir Telefonnummer, Adresse und auch mal einen Blog drauf macht's gut bis dann mal wieder euer Lutz tschüss